Also ich fange an. Wie ging das denn nochmal? Nummer 1. Es ist natürlich etwas abgewandelt in einer eher jatzigen Form. Also sämtliche Jatz-Tage, die ersten Jatz-Tage der Schalken, 20 Jahre sind da drin. Dann kommen wir zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Okay, nochmal was Gehaltvolles. Okay, mit ein bisschen kultureller Anreignung. Dann kommen wir zum nächsten Mal. 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 Okay, das müsste reichen. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Dann kommen wir zum nächsten Mal.